Hallo und herzlich willkommen bei Alexander L.P. Let's Play 2017 mit der 3D-Zug-Fallung 4 Der Nachschlag, Klammer auf, KE-DR424, Klammer zu Wir fahren wieder von Anhobe nach Uelzen Und, genau, machen schon mal die Türen auf So, und AFB auf jeden Fall Schränkmonitor auf jeden Fall auch an Und dann geht's auch gleich weiter Abpassen S5, Anhobe nach Uelzen S5, Anhobe nach Uelzen Genau gleich ab Jetzt Ohne Strophen, wow Abfahrt ist um 18.40 Uhr Die Aufgaben dauern 70 Minuten Ja, 70 Minuten Und, genau Da werden wir erstmal Hannover auf Uelzen und sicher machen Abfahrt ist um 18.40 Uhr Abfahrt ist kurz Abfahrt ist durch Entstehen Abfahrt ist Ich schweiß das. Ich schweiß das gleiche Kettbewerb. Ob man auch kettbewerb. Untertitelung des ZDF, 2020 Und los geht's, wir fahren von Hannover von Hannover hier raus. Die Maus ist ja an der Seite. Dieser Zug hält in Langenhagen-Mitte, Isernhagen, Großburg-Wedel, Zelle, Eschede, Unterfüß und Suderburg. Beachten Sie bitte außerdem, dass zwischen Zelle und Uelzen aufgrund des gestrigen Sturms immer noch Aufräumarbeiten stattfinden, sodass wir wahrscheinlich die Bahnhöfe zwischen Zelle und Uelzen mit einer Verspätung erreichen werden. Der nächste Halt des Zuges ist Langenhagen-Mitte. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. Ja. Super. Der Kollege. Jetzt können wir auch mal ein bisschen schneller fahren. Mit 110 Kilometer. Oder Geschwindigkeit am besten, sozusagen. Da. Oh, Licht vergessen. Boah, jei, jei. Nicht so gut. Und dann ist es kaum wieder umziehen. Und wusste mir dazu, dass es uns erstens auf jeden Fall ist. Übrigens, ihr könnt bei, auf meinem Kanal, ähm, Kanal-Info gehen, ganz runter, ähm, da wo die andere Seite gehen könnte, geht ihr auf PayPal, wenn ihr möchtet, ähm, spendet ihr mir ein Betrag, was ihr wollt, z.B. machen wir mal 10 Euro oder so, und dann, ähm, spendet ihr, dass mir, und es wird benötigt, die Spieler und sie zwei, 14 oder 16 oder ein anderes spielen, ähm, genau. Genau. Wenn ihr das möchtet, könnt ihr das machen. In Kürze erreichen wir Langenhagen Mitte. Bitte in Fahrtrichtung rechts aussteigen. Aber auch vielleicht nein? Nee. Bitte in Fahrtrichtung rechts machen wir nicht. Aber wir bei vorher, Quando übers haar einen Bellen St leave her mind ... Untertitelung des ZDF, 2020 Komma ab, Gangsten! Komma ab, Gangsten! Entspannung des ZDF, 2020 Komma ab, Gangsten! Untertitelung des ZDF, 2020 Okay. Not fire, kids. Untertitelung des ZDF, 2020 Fahrdienstleitung an 82134, bitte kommen. Sie sind wirklich ein Engel. Bei den ganzen Umdisponierungen der Dienst- und Fahrpläne wegen der Sturmschäden haben wir bei der Planung des ME 82134 doch tatsächlich vergessen, dass der Triebfahrzeugführer bei einer Weiterfahrt die Fahrzeitregeln verletzen würde. Und ob Sie es mir glauben oder nicht, aber Sie sind tatsächlich der Einzige, der dafür heute noch eine kleine Reserve hat. Für Ihre Spontanität sorge ich aber dafür, dass Sie einen Urlaubstag extra bekommen. Sie wissen Bescheid, dass Ihr Zug in Uelsen endet und die Fahrgäste dort nach Hamburg umsteigen müssen. Zur Strecke gibt es nicht viel Neues zu berichten. Bis Zelle ist alles in Butter, aber ab Zelle haben wir noch stellenweise eingeladenen Fahrbetrieb und einige langsam verstellen. Dann gute Fahrt. Danke. In Kürze erreichen wir Isan Hagen. Bitte in Fahrtrichtung rechts aussteigen. Von Ofen einmal, die durchsaust. Zack, probiert er zurück. Weisig ist ein neues Fahrt. Wir gehen also auf dem Fahrt. Doch wir gehen also auf Buret. Wir gehen also auf dem Fahrt. Wir werden da zum Fahrt. Wir gehen aus dem Fahrt. Geld ist sicher nicht um Wohnzimmerausschraut. Dann geht es öffnen. Wir gehen in die Fahrt. Wir gehen sind ein Fahrt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 In Kürze erreichen wir Großburg Wedel Bitte in Fahrtrichtung rechts aussteigen Untertitelung des ZDF, 2020 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 Kieee! Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Bis zum 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 nächsten Mal. Und dann, wenn du jetzt, let's play! Untertitelung. BR 2018 In Kürze erreichen wir Sudaburg. Bitte in Fahrtrichtung links aussteigen. Nichts. 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Beep! Vielleicht ist es besser, dass es im Hansen ist. Der Hansen ist ab. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wieder zurück auf der rechten Seite. Ja, ja. In Kürze erreichen wir Uelzen. Der Zug endet dort. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Bitte in Fahrtrichtung links aussteigen. Umsteigemöglichkeit zum Fernverkehr, zum Metronom nach Hamburg und zum Heidesprinter in Richtung Langwedel und Bremen. Verte Fahrgäste, dieser Zug endet in Uelzen. Wir bitten Sie alle auszusteigen. In Richtung Hamburg Hauptbahnhof über Lüneburg haben Sie Anschluss um 20.01 Uhr an den Metronom auf Gleis 102 am gleichen Bahnsteig. So wie an die Regionalbahn nach Wittingen, Planmesse-Erbfahrt 20.07 Uhr von Gleis 303. Dieser Zug endet in Uelzen. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Auf Wiedersehen. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. und stellen Sie diesen dort ab. Ich bestelle schon mal ein Taxi für Sie auf unsere Rechnung. Damit können Sie direkt nach Hause. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und nochmals vielen Dank für Ihren heutigen Einsatz. Kein Problem und verdienstleider Dank für das Taxi. Ja, auch hier endet das Let's Play, sobald wir unsere Angekommen sind. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen, wenn ihr mir vorhin nichts gesagt habt. Gebt mal einen Daumen hoch, schreibt einen Kommentar und auf die nächsten Video sage ich tschüss. Bis zum nächsten Mal. Euer Hans und LLB. Tschüss. Ja, das war's. Der nächste Kombi da umzieht. und drauf und hoffe, dass Video durchgefahren fb 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 b fb 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 Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, das war's. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Alexander P. Schreibt einen Kommentar unter diesem Video. Ich hoffe, dass ich euch gut unterhalten kann, wenn ja. Seht ihr in den weiteren Folgen? Bis erst. So. Jetzt kommen wir auf unsere Verwertung dran. Ziel abgeschlossen, 8 von 10. Na ja, haben wir zwei Haltestelle mal zu spät gekommen, aber egal. Durchfindigkeit, Fehler 2. Na ja, weiß ich, ob das stimmt, nicht, aber egal. Yo, ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Wirklich jetzt. Ade.